und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge alice madness returned eins muss ich sagen leider leider ist sind diese sechs drei nächsten sechs folgen also sechs folgen erzählen die hier und die fünf nächsten leider nachgemacht weil ich es geschafft habe mir die kaputt zu machen mein pc war voll und dann musste ich halt kurz sachen auf einen usb stick machen und ja in diesem perfekten moment als ich das gemacht habe ist mir der usb ist die kaputt gegangen ist noch nie nur ist bisher kaputt gegangen muss ich übrigens sagen also ich habe extra extra 32 er genommen 3.0 noch dazu so einen schönen weise und dann weißt du dann im perfekten moment dann geht der usb das heißt ich bin es schon der zukunft nico hier ja das will ich nicht sagen ich habe schon fertig gespielt das ist mir leider ja es ist mir nicht blöd dass ich spiele ich spiele ich habe scheiße tut mir leid dass es jetzt so passiert ist aber ich hoffe mal ihr verzeiht zum glück ist es noch so lange entfernt dass ich nicht mehr genau weiß was überhaupt alles abging weil es kann schon ein monat her sein oder so ist gar nicht mehr so wir spielen aber da ich mal gesagt habe ich spiele das im albtraum modus mal wieder durch zum glück zum glück ich war so mega froh weißt du ich fang den albtraum modus so an denke so ja gut ich muss mich da vorspielen bis zu der stelle wo halt die folgen fehlen und dann direkt der neue der nächste punkt ist halt einfach eiskalt diese mission habe ich mir gedacht zum glück habe ich nicht weiter gespielt jetzt hätte ich drei stunden vier stunden noch mal zocken müssen was mich sehr gefreut hätte natürlich ich bin nämlich so einer weiß dass spiele die halt geil sind die spiele ich gerne öfter aber gibt momentan echt was zu tun zum glück jetzt bin ich nicht mehr nicht mehr in prüfung und alles jetzt habe ich auch die zeit dafür weil ich hier mal einen freien tag genommen den ich einfach dann mal ja verwende dafür verwende hier mal klar schiff zu machen ich riecht wo ist die schweinsnahme ach so war irgendwo hier ja okay beste beschreibung ever ja und wie wir die hören ja komm die sitzt genau hinten dran 100 pro ja komm blöderweise erinnere ich daran halt noch ich werde nichts spoilern oder so keine angst also da ist klar und es kann sein dass es vielleicht abgeschnitten ist weil ich werde halt nur bis dahin ungefähr spielen wo ich halt weiß ja da fehlt die folge damit halt nicht so viel zukunftssniko hier drin ist denn ich habe hier wie gesagt mein skill richtig hart drin es ist jetzt auch blöd wir haben jetzt auch andere waffen konfiguration freigeschaltet weil ich habe rausgefunden nämlich leicht spät dass man einfach alle waffen kannst sie direkt einfach erweitern scheißegal die haben nämlich nur vier erweiterung ich glaube das kann ich sogar das kann ich sogar später sagen ja irgendwann mal werde ich mit der vergangenheit sneaker wird es dann irgendwann merken ich hatte es ziemlich lustig als ich hatte hier im albtraum wo ich es rausgefunden habe so ja die waffen da bullshit aber egal egal mehr will ich dazu jetzt gar nicht mehr shit verraten ja auch siehst du schon ich spoilere schon den kleinsten scheiß und dann zack falle ich runter so gehört sich aber wir haben es Leute spoilern ey das ist so das schlimmste was es gibt das ist so was aus solche leute der echte boah ich meine ähm ich glaube auch für die leute die jetzt hier im eingeschaltet haben was ich auch übrigens erst heute erfahren habe ne ähm kubi sein also äh von unserem netzwerkchen na ähm Cubesize Cubesize sein Alice ist kaputt oder beziehungsweise es futzt halt einfach nicht mehr ähm dann sag ich nochmal hier ein paar folgen vielleicht zu spät hallo und herzlich willkommen an die leute die äh die bei Cubesize-Kanal sind und äh hier zuschauen ähm natürlich seid ihr nicht erwünscht äh keiner will euch hier am meisten ich nicht weil ich mag es leider gar nicht ne äh wir hassen uns über alles spaß joa damit begrüße ich aber mal nochmal kurz zu gerne merkt ihr es eigentlich ja ich laber mal wieder nur scheiße ne und die schweigt sich aus erinnerst du dich ach ja what the fuck what the fuck ok ah ehh ehh scheiße ich spiele ja im äh im Alpsformmodus deswegen muss ich ja auch mehr mit Skill spielen alles vorher Aua ihr werdet vielleicht merkt dass ich voll abgehe die Kamera für uns die Kamera für uns genug gescheiße gelabert ich glaub das sind schon 10 Minuten die ich hier laber äh gut gut komm leck mich am Arscher ich geh einfach rüber was 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 war jetzt los ja gut dann machen wir es ja mal die easy peasy shitart ey also wenn ich das Spiel ja abfucken will dann leider können wir das nicht ändern sooo ah da gehts sogar doch weiter naja hab ich gut gebrochen ah ah aua aua hame kannst gar nix ja ja naja das sind mega es sind so mega mega scheiße die West-Mecherzen diese haben echt mal gemacht weil die gehen so krass ab einfach nur wenn man nichts aufpasst dann geben die haben so mega so komm War jetzt irgendwie too easy, ne? Aber egal, Hauptsache, wir sind noch nicht gestorben, das ist mir wichtig. Ich verstehe es nicht, ich habe das in letzter Zeit ab und zu mal. Könnte vielleicht auch daran liegen, wenn ich downloade, aber es sollte eigentlich nicht daran liegen. Seht euch den armen kleinen Burschen an. Sowas passiert in Alice ihrem Kopf. Vollkommen normal, ne? Ja, es ist ein ganz valider, akzeptabler Traum oder Psychose, die sie da durchlebt. Ich habe sowas auch immer. Dass da so nette Leute einfach mal PAM durchstochen worden sind. Ein kleiner Leck. Wenn ihr das gerade gehört habt, das war der Download, der fertig ist. Manche Gerüche sind einzigartig. Nie wird man brennendes Menschenfleisch mit einem Lammkotelett verwechseln. Okay. Ja, Lammkotelett schmeckt ja auch viel zusammen. Oh, Feuer! Feuer, Feuer! Feuer, Feuer! Oh, ich habe das Gefühl, da kommt auch Feuer raus. PAM! Soooo. Ja, easy, easy, easy. Komm, zieh an der Kette. Okay. Wunderbar. Wunderbar. Die Neue, ähm. Jetzt warten. Zack, äh. Super Alice hier on the road. So. Haben wir irgendwas vergessen? Nicht so aus. Sieht nicht so aus, dann passt das. Sie, die eine einzelne Seele rettet, rettet sie und sie will. Sie, die eine einzelne Seele rettet, rettet sie und sie will. Cut von Perrin gegen Schwadcussion zu tun. Haben Sie gesehen? Die sind immer mal zack. Das kostet ein E-spos. Bei den Westen?! Sie gibt ja mein OK. PAM, PAM, wechsel, zack, pampa, pam, pam. Das würde ich empfehlen bei dem. Uiuiui. Uiuiui. Das ist krass. Aua. Oh nein. Oh nein. Gehen wir nicht mal. Oh nein. Oh nein. Ja. Das scheint mega easy zu sein. Ich weiß gar nicht was bei dem grad so zieht. Ich hab grad mehr in die Steuerung. Schwamm. XSB. Schwamm. Ja. Hatte gar nichts, alter. Was haben wir, ey? Du bist so ein alter. Ja, komm. Mach nen Angriff. Versuch das. Ja. WTF. WTF. Ey Leute. Ich hab den nicht kommen sehen. Kein Stück. Boah. Der war nicht mal easy. Das ist ein Scherz. Wie weit sind wir... Jetzt müssen wir nochmal hin. Alter, wie weit hinten. Soll ich das hier nochmal holen? Ja. Zähnchen. Wir haben das mal vergessen. Hat sich doch gelohnt. Dann wird man brennendes Menschenfleisch mit nem Lammkotelett verwechseln. Ich weiß grad auch gar nicht, ob die Audioentstellungen so stimmen. Weil das ist ja vielleicht ne andere Konfiguration. Ja. Bullshit. Ihr hört meine Stimme ja zum Glück, ne? Sehr geil. Haha. Spaß. Das haben wir ja schon vorbeigeschaltet. Zack. Oho. Huh. Lief doch. Sie, die eine einzelne Seele rettet, rettet die ganze Welt. Wo war denn das Kätzchen hier? So. Wir nehmen gleich das hier in die Hand. Uh, wo ist der? Oh, da. Da. Scheiße, daneben. Scheiße. Haben wir schon verkackt eigentlich. Was ist der andere für uns einmal in die Hand zu stellen? Mann, na na na, das nervt mich jetzt. Lol, das geht. Eigentlich hat er ja echt nix mehr. Also muss warten, bis der hier so einen Angriff wagen will. Ich weiß echt gar nicht, wann der, wann der wirklich dann kommt. Ja. Scheiße. Boah, Mann.